Mein Name ist Udo von Eij. Ich bin Inhaber der Firma Schütte hier in Gifhorn und bin schon in der fünften Generation. Geschäftlich und privat sind wir schon einige Jahre guter Kunde von den Stadtwerken Gifhorn. Warum? Die Stadtwerke Gifhorn bietet faire Preise und vor allem eine gute Beratung. Gerade in der Krisenzeit haben wir gemeinsam für Schütte einen optimalen Energieliefervertrag ausgearbeitet und das schätze ich natürlich sehr. Außerdem ist mir die Regionalität hier in Gifhorn natürlich auch sehr wichtig. Die Stadtwerke Gifhorn bietet gute Arbeitsplätze. Sie zahlt hier ihre Gewerbesteuer und unterstützt soziale und gemeinnützige Institutionen und Vereine vor Ort. Dies kommt natürlich auch den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Gifhorn, aber auch den Unternehmen hier vor Ort zugute. Für die Zukunft wünsche ich mir von den Stadtwerken Gifhorn, dass wir weiterhin so erfolgreich zusammenarbeiten und dass sie sich wieder verstärkt für die Gifhorner Innenstadt einsetzen.